Moin ihr ölverschmierten kleinen Mümmelmännchen da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge von Turmall. Juhu! So, was machen wir denn heute? Wir gehen mal in die Bar gucken, ob einer für uns ein geiles Angebot hat. Sir Anthony, möchtest du wieder einen Diamanten haben? Ist klar. Was könnten mir Kylie bieten? Oh, nicht unter 96? Aha. Unter 70, das kannst du behalten. Was willst du denn dafür haben? 800? Na, komm. Aber 96 ist schon nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Aber, nö. So, Anthony. Du zeigst mir jetzt den absoluten Spot, ja? Damit es klar ist. Ja, wir gehen rein. Oh, diesen Mist hier wieder. Komm mal los. Das macht einfach keinen Spaß. Ich weiß auch nicht, wozu es gut ist. Aber das habe ich ja in den letzten Folgen schon oft genug bemängelt und bemerkt. Die, 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 die. Die schlägt bestimmt wieder zu hier. Die Blanche. Madame Blanche. Komm, ich nehme es. Haha, verarscht. So. Jetzt geht es mal zur Auktion hier. Hoppchen. So, dann zeig mal her, wo hast du denn... Da soll ich mich hinbewegen. Okay. Da gehen jetzt alle hin. Pass auf. Mach mal auf, mach mal auf. Komm, ich will dahin. Nö, doch nicht. Alles klar. Bin ich ja nicht böse. Dankeschön. Und go. Raus aufs Feld, mein Freund. So, dann gehen wir einfach mal zentral hier rein. Einfach irgendwo hin. Hier, dahin. Wömmsel. Danke, mein Freund. Danke für nichts. Ich hoffe, das ist jetzt kein Gasvorkommen hier unten. Wenn doch, haben wir natürlich ein Problem. So. Schauen wir uns mal an. Oh ja. Fangen wir an zu saugen, mein Freund. Dann haben wir gleich das nächste. Ach so. Ich muss ja auch hinschicken, ne? Sonst macht es ja alles keinen Sinn. Das ist ja alles so sinnlos. Ding, ding. Oh, das ist aber ein dicker Hund hier. Da ist ein dicker Hund. Den werden wir gleich verbreitern. Lauf, lauf, lauf. Kleines Pferd. So, dann ziehst du schon mal ordentlich raus. Und wir müssen leider zu einem ganz bescheuerten Preis verkaufen. Weil wir aktuell noch kein Silo haben. Das können wir uns quasi noch nicht leisten. Wir sind aber stets bemüht. La, 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 la. Stell dich gleich mal hier hin. Oh, ey. Ihr seid wahnsinnig, ey. Gute Preise, gute Besserung, oder was? So, nach dem Motto, hättest du mal mein Angebot angenommen, ne? Ihr kleinen Miesen. Mal ein bisschen vorspulen. Hier steigt nischt. Ey, das ist brutal. Mir fehlt die Kohle. Müssen wir einen losschicken. Damit wir wenigstens ein paar Cent machen. Den Silo nicht über... Ja, komm, zack. La, 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 la. Welch Entspannung. 63, 61. Oh. Ja, immerhin schon 64. Sehe Licht am Ende des Tunnels. 70. Machen wir mal zwei darüber. Ui, ui, ui. Damit wir noch ein bisschen scannen können. Komm. Mhm. Ich hab'n Felsen entdeckt. Juhu, juhu. 90. Na los. Gib mal Gas, Jungs. Können wir mal ein bisschen Geld machen. Reicht das, reicht das, reicht das, reicht das, reicht das? Ja. So. Hier ist noch irgendwas. Oh, drei Felder. Okay. Mal das mal kurz sparen. Damit wir uns die Dings hier bauen können. Sonst müsste ich hier draußen rumgehen. Macht nicht viel Sinn. So, komm, gibts noch Pferdchen. Dann ziehen wir den direkt hier rüber, sobald wir die Kohle dafür haben. Und geht dann von denen gesprenkelt ab. Komm, 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 komm. Mit der Front, mit der Front. Auf geht's, Buam. Och, das dauert. Das dauert. Oh, hier ist auch noch was. So, du gehst da hin. Du gehst da hin. Und du gehst da hin. Dann hauen wir die Verbreiterung noch rein hier. Und noch so ein Ding hier. Jetzt machen wir hier den Hahn nämlich zu. Und holen uns noch ein paar Pferdchen. So. Dann nuckelt das Ding doch schon schön vor sich hin. Di, 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 di. Di, 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 di. Komm, mach hin, wir haben schon Mai. Das ist ja direkt Frühlingsgefühle hier. Komm, 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 komm. Wump. So, Jungs. Schön einlagern. Und ich scannere mal ein bisschen weiter. Da ist was. 329 reicht noch nicht. Nö. Dann geht mal ein bisschen verkaufen hier. 84 jetzt sinkt das wieder, oder? Hört mich doch verarschen. 83. La, 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 la. Naja. Manu, 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 man. Da könnten wir noch nicht nehmen. Oh, die Preise hier. Das ist ja eine ganz miese Geschichte mit euch. Bam, bam, bam. Diese Kellerpreise hier. Steigt das hier drüben endlich mal, oder nicht? Sag mal. Ja, bleibt da eiskalt bei 66, ne? Da kennt der nichts. Der zwingt mich jetzt zu verkaufen. Ich schicke mal zwei rüber. 65. Wahnsinn. 64. Ihr nehmt einem nackten Mann aus der Tasche. Ihr kleinen Teufel. Nee, nee, du. Einfach so ein bisschen Notfallkohle in der Hand halten. Hier unten gibt es garantiert noch mehr. Ja. Ola, Chica. Wir haben schon Juli. Und die Preise sind immer noch im Keller. Boah, ey. Ba, 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 ba. Okay, da drüben steigt es ein bisschen. Weiter, weiter, Jungs. Ich ziehe mal hier raus. Mal hier drüben mal drei hinsetzen. Wir brauchen ja hier ein bisschen Party, ne? Okay. Okay, der ist leer gelutscht. Nehmen wir direkt hier runter. So. So, jetzt rüber mit euch. Kohle machen. Denn wir brauchen Scanner-Geld. Ba, 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 ba. Nee, warte mal. Komm, ich kriege das Speed-Up-Geld auch noch drauf. So, und wir legen los hier. Okay. Okay, das ist größer. Ausbauen. 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 Den auch ausbauen. Den auch. Weiter scannen. Am besten mal hier drüben. Okay. Habe ich das Felsen-Upgrade habe ich da noch gar nicht, ne? Ich komme gar nicht mehr ran. Okay. Da hin mit dir. Dann müsste der gut saugen. Dann müsste der gut saugen. Eins, sieben. Ba, 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 ba. So, der ist auch mit dran. Wir haben schon August. Wir haben schon August, Leute. Gasfeld könnte man schamlos ausnutzen. Ich brauche mehr Pferde. Definitiv. Das werden wir jetzt auch ausnutzen. So, mal schauen, was passiert. Dann lagern wir mal ein. Da sind die schneller. So, genau. Ba, 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 bu, 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 bu. Ziehen wir schön leer den Kollegen. Dann werden wir... Ah, wir gehen mal oben hin. Hier, da ist nischt. Dann gucken wir mal hier unten. Da ist noch was. Dann brauche ich hier ne Verstärkung. Hier ne Verstärkung. Der andere Rest läuft ja. Ei, 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 ei. Da ist ein Diamant. Schnapp ihn dir, Tiger. Mein kleiner, pelziger Freund. Okay. Sag mal, wie viele Felder gibt's denn? Hier. Okay. Okay. Nächste Ausbaustufe. Hier können wir nix machen. Hier ist eigentlich alles in trockenen Tüchern. Okay. Geht mal hier rüber, Leute. Sonst habe ich gleich ein Problem. Ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba. Ja, das eine Türmchen, das reicht eigentlich von der Sache her. Wenn man es gut verzweigt. Und geschickt irgendwie durchölt hier. 94, 95, ja. Das sind nur die Notverkäufe von den vier hier. 98, okay. Wir haben schon Oktober, verdammt der Axt. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen Kohle machen. Ja, ja, Leute, ich ziehe schon, ich ziehe schon, ja, ja. Es sinkt schon wieder. Ich flippe ja gleich aus hier. Ja, das war knapp. Komm, geht mal, alle verkaufen. Ist mir egal. Jetzt, ich brauche den Platz. Ja, und raus damit. Okay, drüben steigt es ein bisschen. Komm, ziehen wir alle wieder weg. 75, okay, hier drüben scheint es zu steigen. Macht schön voll eure Karnen. Freunde der Sonne, macht voll eure Hütten. Ding, 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 ding. Können wir mal hier gucken. Oh, verdammt. Ist doch nicht normal hier. Wir haben schon November. Lack. Das ist eine miese Geschichte. 96, jetzt müssen wir gleich richtig loslegen hier. 97. Und ziehe nochmal dahinter. Ist schon fast alles leer, ne? Kommt, ihr Gäuler. Oh, da drüben ist bei 29, bei 30. Hier ist bei 97, 96. Es fällt schon wieder. Ey, ich flippe aus. Oh. Wenn wir jetzt nicht unbedingt meinen Lagerbestand rausknoten hier irgendwie. Ja, Wahnsinn. Kommt, wir müssen mal ein bisschen leer machen. Auch Platz. Und ich glaube, der hier drüben steigt gerade. Wie blöde. Ja. Oh, Dezember schon. Scheiße. Hm, 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 hm. So, machen wir kurz zu. Boah, wie können wir das ausreizen? Scheiße. Das werden wir nicht leer kriegen, verdammt. Komm raus damit. Ein paar Gas. Da war noch eins. Verdammt. Kleines Ding. Aber na gut, 49.000. Ich meine, ne? Wo sind wir denn damit gelandet? Das sieht doch nicht schlecht aus, Leute. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren, abonnieren, liken. Was weiß ich, was ihr alles macht, wenn ihr auch frei habt. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.